Bei Cosi's Deko-Tipp geht's heute um eine einfache, aber wunderschöne Tischdeko für den Frühlingssommer. Was man dazu braucht? Eine Schilfmatte, ein paar Gläser unterschiedlicher Größe, Kerzen und Blumen aus dem Garten. Die Schilfmatte gibt's in jedem Baumarkt. Hier werden einfach die Stäbe abgetrennt und in der richtigen Größe für die Gläser zugeschnitten. Ein Gummiband fixiert die Stäbe um das Glas. Anschließend einfach mit einem Spagat oder einer Schnur nach Wall umwickeln und Blumen aus dem Garten oben in die Stäbe stecken. Und all my friends, well they just give me, and I give them, it's where I learn, it's where I grew, and it's where my heart's always made new. Auch Kerzenständer freuen sich über einen Blumengruß. Einige der Gläser befüllt Cosi mit Wasser. Anschließend einfach ein wenig Heu oder Stroh drauf drapieren und mit Blumen dekorieren. Aus den vertrockneten Gräsern aus dem Garten flechtet Cosi jetzt noch Serviettenringe. Noch den Tisch mit Heu dekorieren. Die leeren Dekogläser mit Kerzen befüllen. Et voilà! Fertig ist die zauberhafte Tischdeko. Bis zum nächsten Mal.